Was ist das Zeug? Es heißt Radiolaria. Du weißt schon, Vex Geistesfluid. Hm, dieses Zeug ist organisch. Scheint, die Vex sind keine reinen Roboter. Was ist das Zeug? Was ist das Zeug? Was zum Henker hat Kate denn nach Nessus geführt? Ich kenne die Antwort. Erstens, hör auf uns zu belauschen. Zweitens, wie lautet die Antwort? Er hat gesagt, ich darf es nicht verraten. Warnung! Vex Bedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate Einheit. Du musst sie wohl ausschalten. Du wirst sie lösen. Dem gak nữa. Vermut sie Esperern. Inwanderung! Da Providere! Das war's. 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 Nicht schlecht. Das war's. 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 Das war's.